Du kannst Bücher, die auf einem anderen Computer oder auch auf einem iPad gemacht wurden, problemlos importieren und bei Bedarf auch mit anderen Büchern kombinieren. In deinem Büchergestell hast du da unter einem beliebigen Buch dieses Symbol mit den weiteren Büchern und hier wählst du Import Book, Upload from Computer. Ich habe hier auf meinem Desktop ein Buch, das wird jetzt hochgeladen und du siehst, es hat problemlos funktioniert. Diese Bücher kannst du, wie erwähnt, auch kombinieren mit Combine Books. Du wählst einfach diese beiden Bücher aus, die zusammengeflügt werden sollen und dann braucht es einen neuen Titel. Dieses Buch hat nun noch kein richtiges Coverbild. Das muss ich entweder verschieben oder erst erstellen, aber wenn ich jetzt das in der Übersicht anschaue, so kommt in diesem Fall zuerst das Polenbuch und anschließend der Reiseführer zu Paris. Wenn wir zur Übersicht der Bücher zurückgehen, so sieht man, dass die beiden Originale natürlich immer noch unbehelligt da sind und dass da das kombinierte Buch als einzelnes Werk im Büchergestell liegt.